Musik Die etwas größeren Hunde, zum Beispiel der Saluki, der Sluki, das sind die Windhundrassen, die längere Strecken laufen, die 480, und die kleineren Windhundrassen, wie der Wippet, wie der Basenchi, die laufen 350 Meter. Hier im Jubiläumspark auf 480 Meter laufen die Hunde Zeiten, die schnellsten Hunde, 33 Sekunden bis 34 Sekunden auf 480 Meter und auf 350 Meter 26 bis 27 Sekunden. Musik Die Hunde werden natürlich auch prämiert, die bekommen Pokale, die bekommen Schleifchen, das ist alles so unterschiedlich von Verein zu Verein, von Rennverein, von Rennen. Bei uns steht der Hund im Vordergrund, der Spaß, und das ist unser Hobby. Musik Musik